Es ist ein junger Mädchen, ein junger Hund mit einer gebrochenen Wirbelsäule. Und jetzt beginnt sie zu heilen, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Backlags. Wie ist dieser Hund able to live für einen Monat? Thomas! Thomas, Thomas! Thomas! Sie sehen Sie jetzt? Nur zwei Tage! Ich denke, es wäre gut, wenn wir hier ein paar Raden bekommen würden. Ich denke, es wäre gut, wenn wir hier ein paar Raden bekommen würden. Wenn du hier verletzt, musst du nur den Weg folgen. Ja. Sie sehen uns den nächsten Mal. Juni. Also, ich glaube, wir haben einen kleinen Rettungsfall oder einen kleinen Rettungsfall.